Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Seg und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es wieder ein SBB, Jungs. Ich freue mich, wirklich, ich freue mich einfach, gegen Lost zu spielen. Ich habe richtig Lust heute. Was geht, Bro? Irgendwie voll lange her, dass ich ja nicht mehr am Start war, kann das sein? Der eine oder andere hat sich bestimmt gefreut, aber jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe Bock, Däger. Ja Jungs, ich muss euch was mitteilen. Ich habe geheiratet, ja, gestern. Ihr könnt gerne was unten in den Kommentaren schreiben, auch mal gratulieren. Lass uns für heute mal so die 2500 Likes knacken. Ich würde euch auf jeden Fall freuen. Wir haben natürlich auch euer Furky Basket, checkt auf jeden Fall aus. Wir quatschen nicht viel. Ich ziehe mein Pack. Regeln sind halt so, wir können zwei Icons bauen und ja, dann zockt man. Okay, Bro? Ja, was hast du gesagt? Okay, ich starte. Also ich starte rein. Ich gehe mal rein und wir ziehen hier, Bruder. Hecklack. Wen hast du gezogen? Hecklack. Wen hast du gezogen? Moments. 92 Franzose ZM. Danke. Petit? Patrick Vieira, mein Freund. Was? Sehr wild, ne? Real Talk? Ja, Bruder. Was kostet der denn hier? Ich habe mich gar nicht gefreut gerade. Ich glaube, der kostet 800k. Ja, eine Million bestimmt, ja. Der kostet bestimmt 800k. Also, was willst du mehr als in Moments? Warte, ich guck mal. Drei Millionen, Bruder, was? Was? Drei Millionen, Bruder. Aber kein Scheiß, man. Bala. Pelé ist nicht mehr zwei Millionen. Bruder, 2,8 Millionen. Und dann tschuuuuuuuuuuuuuuuush. Bruder, du hast rasiert. Aber du hast komplett rasiert. Wie ehrenlos. Wie ehrenlos war das denn? Ja, wir bauen die Teams, Jungs. Aber jetzt kommt eine Werbung. Checkt auf jeden Fall aus. Brückt euch bis zum Schluss. Und dann fangen wir richtig an. Let's go. Bevor wir weiter mit dem Video machen, Jungs. Ja, das Video wird von Mainscape gesponsert. So, wie ihr sehen könnt, habe ich ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Ich habe die ausführlich getestet. Und ich werde euch alles hier nochmal zeigen. So, Jungs, was direkt ums Auge springt, ist der. Lawnmower 4.0. Ich habe den benutzt, um meinen Bart zu trimmen, Jungs. Ja, es hat auch gut geklappt, würde ich mal sagen. Hat auch richtig geile Funktionen. Wie zum Beispiel, ja. Ihr habt ein LED hier. Da könnt ihr nichts falsch machen, Jungs. Ja, ich habe auch zwei linke Hände. Und zweiter Punkt ist, Jungs, ja. Der ist auch wasserfest. Dazu habt ihr noch die Skinsafe-Technologie, Jungs, welches das Risiko von Verletzungen in den empfindlichen Bereichs des Körpers verringert. Mit Lawnmower könnt ihr natürlich alles rasieren, Jungs, ja. Von unten nach oben, von den Balls bis zu Brusthaare, bis zu dem Kopf. Wir haben natürlich auch geile Sachen hier am Start. Ja, gleich seid ihr Profis. Könnt ihr vielleicht so schön hier Seiten auf Null machen und danach noch ein bisschen Übergang. Könnt ihr auch natürlich machen. Falls ihr keine zwei linke Hände habt, natürlich wie Seko. Lawnmower hat ein super intelligentes Ladesystem, Jungs, ja. Auf der vorderen Seite gibt es noch ein LED, Jungs, ja. Der zeigt uns, wie viel Akku wir noch haben. Also mit einer Ladung, Jungs, könnt ihr 90 Minuten einfach mal schön rasieren. Ich werde demnächst auch verreisen, Jungs, ja. Was auch richtig geil ist, wenn ihr dreimal drückt, 1, 2, 3, dann nochmal drücken wollt, funktioniert nicht. Weil wir hier eine Reise-Einschaltsperre haben. Wenn du natürlich nochmal dreimal drückst, 1, 2, 3 und nochmal, dann funktioniert es. Im Performance-Package 4.0-Kit sind außerdem noch zwei Produkte, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie selber benutze. Die Crop Preserver und die Crop Reviver. Also Crop Preserver könnt ihr nach dem Dusch einfach mal schön benutzen, Jungs. Wir müssen ja überall uns natürlich pflegen, Jungs. Der Crop Reviver sorgt mit einem einfachen Spritzer, für eine schnelle Erfrischung und kühlende Aloe Vera. Manscair hat wirklich an alles gedacht, Jungs. Stilge von Kopf bis zu Fuß ist jetzt auch mit dem Squid Waker Ohren- und Nasentrimmer möglich. Das ist ein kabellosen Nasentrimmer mit derselben Skin-Safe-Technologie, wie die des Lawnmower-Trimmers. Also macht dir keine Sorgen, du willst nichts Falsches machen. Es geht ganz leicht. Einfach einschalten und ein bisschen Spaß haben. Ich habe noch so etwas Kleines für euch, Jungs, ja. Ihr habt hier Nagelfeiler, Nagelknipser, sehr geiles Ding, ja. Nehme ich mit, ich verreise ja demnächst. Für kurze Zeit bekommt ihr nicht nur eins, sondern zwei Geschenke. Das Shirt Kulturbeutel und Manscair Boxer Shirt. Also geht auf manscair.com, kauft einfach ein komplettes Set und bekommt noch 20% Rabatt, plus weltweit kostenlosen Versand und zwei Geschenke. Und in dem wir schreiben, ist mein Code, Jungs, ja. Benutzt den auf jeden Fall, wenn ihr 20% sparen wollt. Jetzt machen wir weiter mit dem Video. Let's go. So, Jungs, da sind wir wieder zurück. Ja, ich habe richtig Bock heute. Es ist zwar 1 Uhr, aber ja, komm, ich habe die zwei Spiele aufgeschrieben. Let's go, my friend. Hey, Jungs, er hat vor der Aufnahme noch gesagt, gar keinen Bock. Oh, wie lieb. Machen wir jetzt. Okay, also, Z2M ist Team of the Season Depay und im Sturm haben wir Ben Yedda Team of the Season. Egal, ehrlich gesagt, war knapp, weil ich habe Mbappé aufgeschrieben und Aua. Ja, war knapp. Aber egal. Sehr gut, ich wollte Aua nehmen, habe Depay genommen. Sehr gut, dann halte ich mal rein. Alright, okay, my friends. So, und zwar im Sturm. Warum sagst du heute so oft Alright? Also, denkst du, das ist cool? Ich habe ein paar englische YouTuber angeschaut, weißt du? Ich will was Neues jetzt hier. Alright, my friends. Okay, Spaß. So, im Sturm habe ich Ruta von Hoffenheim. Und auf der linken Seite gehe ich mit Mbappé. Also, Bruder, da sprengt jetzt meinen Kenntnisstand. Wer bitte ist Ruta? Wirst du dich gleich kennenlernen. Danke. Wem hast du aufgeschrieben? Okay, sehr gut. Ich habe Bamba und Ben Yedda aufgeschrieben. Oh, super. Dann machen wir mal weiter, Jungs. Zweite Runde. Let's go. So, Freunde. Also, ich glaube, das macht nicht mal so viel Sinn, was ich aufgeschrieben habe irgendwie. Aber kein Plan. Ich habe, das kam so vom Gefühl her, dass der Spieler hier irgendwie sein wird. Okay. Ich bin gespannt. Meine Damen und Herren, Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Ja, also mein Team kostet circa so 6 Millionen, damit du es weißt. Und dann in der Mitte gehen wir mit Chiellini, my friend. Und auf der rechten Seite haben wir den Chieser. Also, ich habe Aboua, Ben Yedda und Laborda aufgeschrieben. Das heißt, du kannst alle behalten. So, let's go. Sehr gut. Ich mache mal weiter. Bei mir ist der ZDM Casemiro, Team of the Season. Im linken ZOM habe ich eine Karte, die heißt Koke. Und im linken Sturm habe ich eine richtig geile Karte. Luis Suarez, Team of the Season. Ja, Mbappé, Neymar und André habe ich aufgeschrieben. Weiter geht's, mein Freund. Gefällt mir. Ja, gefällt mir auch. Wir machen weiter. Jungs, meine Lieblingspositioners sind hier am Start. Und zwar die beiden Außenverteidiger. Und der Herr, Furky, liebt die zwei Spieler. Ja, also ich nehme mal den rechten Verteidiger erstmal. Das ist einmal der Klaus, der wird ja ein Begriff sein. Und auf der linken Seite habe ich Jordi Albert, Team of the Season. Eigentlich liebst du den Spieler hier, der ganz oben steht. Und zwar Juri. Klaus liebe ich natürlich, mein Freund. Aber ich habe den Klaus aufgeschrieben. Weg damit, Bronze Keeper. Danke. Das ist nicht so nice, muss ich sagen. Belastend, ne, mein Freund. So, halt rein. Rechtsverteidiger gehen wir mit Bruno Perez. Ja, der spielt ja bei Travsonstor. Aber ich habe seine Ars Roma-Karte. Und auf der linken Seite gehen wir mit Ceaubella. Ja, einmal Bronze Torwart bitte als Rechtsverteidiger. Ich habe Bruno Perez und Roussillon aufgeschrieben. Ich habe kurz Spiegel gemacht. Wie 14-Jährige, äh, ne, egal. Ja, ich wollte auch so sagen, ist egal. Wir machen weiter, Jungs, die letzten Positioners. So, Freunde. Also, ich halte mal rein. Die nächsten drei Namen, Digga. Okay, die nächsten drei Namen. Die letzten drei Namen. Die letzten drei Spieler bei mir. Marquinhos links, rechts Blanc Moments. Und im Tor Geber mit Navas. Boah, Van Dijk, Fabinho, Alisson habe ich auch nicht. Schade, Marmelade, mein Freund. Sehr schade. Dann mache ich mal weiter. Linker IV ist nämlich bei mir. Einmal der gute Fabinho. Ja, ich habe den Kollegen am Start. Im rechten IV habe ich dafür Marquinhos, Team of the Season. Und im Tor habe ich den guten Alisson. Ja, ich habe den Eda, Militao, Varane und Oblak aufgeschrieben. Kannst du behalten. Wir haben zwei Bronze-Spieler. Beide Außenverteidiger. Wird spannend, mein Freund. Kann was passieren, ne? Also, ich würde sagen, ich lade dich mal ein und dann gehen wir rein ins Spiel. So, dann legen wir mal los hier. Ist ja doch. Hartwig, Piera, Junge. Wir haben einfach drei Millionen Spieler gerade gezogen. Was ist denn da los? Was ist das denn? Bruder, Bruder. Bruder. Weißt du, das war sehr ehrenlos, Digga. Boah, da wurde mal kurzer Prozess gemacht. Digga, 90 Minuten, einfach 2-0, ja. Digga. Du hast, Digga, es... Nimm mal mit, ne? Also, warum redest du eigentlich nicht? Okay. Und, whoop. Ben, der da 4-0. Bruder, was machst du da hinten eigentlich? Ey. Ey. Casemiro. 6-0. Mach doch mal. Jawohl. Das ist der Comeback. Comeback des Jahres, Digga. Das ist der Rutter, ne? Aufsichts. Ey, was machst du? Wenn du den nicht reinmachst, Rutter, dankeschön, 6-2. Er geht einfach rein, Digga. Er geht einfach rein. Hä, warum hast du den überhaupt gemacht, den Rutter? Ja. Deshalb, zwei Tore. Das ist wunderbar. Das ist wunder, wunderbar. Ey, unglaublich, Digga. Wunderschönes Tor, muss ich sagen, ne? Das hat er super gemacht. Da kommt Benjera. Da kommt Benjera. Da kommt Benjera. Nochmal ne Schusstäuschung. Leg nochmal rüber und guck, hier macht's. 8-2. Also wie oft hab ich heute eigentlich rübergelegt vom Leon-Tor noch? Ja, 6 Discards. Ich hab richtig Bock, Digga. Ich hab richtig Bock, was? Du hast richtig Bock, was? So, Jungs, also insgesamt hat der Herr 6 Discards. Entweder hab ich Glück, sein Daddy oder ich geh baden, Digga. So. Also, Freunde. Seko hat die 4-4-2, richtig? Ja. Wir haben 6 Discards. Wir nehmen einmal den linken Stürmer, den rechten Stürmer, den linken ZM, den rechten ZM, den rechten Mittelfeld und den rechten IV. Ja, hab ich Cristiano getroffen. Cristiano oder Vera, ein von beiden. Beide wär zu krass, aber hab ich einen getroffen. Boah, Schwimmflügel sind am Start, meine Damen und Herren. Marquinhos, Ruta, Navas, Piesa, Vieira, Ronaldo. Ei, 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 ei. Fuck. Ei, 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 ei. Das ist krass. Also, Jungs, ich freu mich mal nicht. Ich halte mich bedeckt, weil... Also, es ist August. Ja. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, ja. Aber... Ich halte mich bedeckt. Mach mal einen SPC. Und ich halte mich bedeckt. Jungs, ich weiß, es ist August. Aber es tut unglaublich weh, weil wir müssen noch aufnehmen. Plus, so Retro-SBBs können wir auch machen nächstes Jahr. Aber, Buck, das Schmerz. Und er meint zu mir, mach Gold-Upgrade, wenn du Ehre-Mann bist. Und ich mach aus. Och, ja, damit du es weißt. Okay, da muss jetzt einmal doppelte Anzahl an Kommentaren eigentlich da sein, Digga. Für so einen Ehre-Mann. Ronaldo Vieira, Bruder. Boah, die sind weg. Ich weiß nicht, das tut weh, Bruder. Ist egal, ob August... Sogar 5 Millionen, das kam. Bruder, das ist geisteskrank gerade, was ich gemacht habe. Ich mein's ernst. Ich würde mal sagen, RIP-Account, Freunde. Ja, also das war Sameter komplett bei Seko. Ich wünsche dir auf jeden Fall... Also, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich freu mich nicht. Weil, das ist schon so... Das ist schon eine Dimension zu hoch, um sich zu freuen. Boah, Jungs, ich beende das Video einfach so. Ich mein's ernst, es ist zwar August, aber es hat weh getan gerade. Also, ich verabschiede mich. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Das hat weh getan gerade. Ich mein's ernst. Ja, Freunde, also, lasst Support da, lasst ein Like da bei Seko. Ansonsten bleibt gesund, ganz wichtig. Passt auf euch auf und freut euch auf ein paar Challenges, die in nächster Zeit kommen werden. Haut rein. Ciao, ciao.